Wir brauchen auf jeden Fall mehr Getreide. Ein bisschen zu wenig. Hier die Brauerei hat ja erst mal 8 Bier wenigstens schonmal. Getreide kommt nach und nach auch dahin. Das dauert aber alles noch. Sehr gut, der Bäcker macht Brot. Kriegt die Kohlen hier schon mal was ab. So. Goldschmelze. Hätte ich dann. Sehr gut. So wollen wir das doch sehen. So, ich werde mir hier oben noch eine Getreidefarm bauen. Weg daneben am besten. Hier kann man gleich noch eine Sense bauen. Eine Getreidefarm brauchen wir jetzt wirklich sehr. Dafür noch eine Spitzhacke. Das ist klar. Da kommt die erste Kohle raus. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt produzieren wir erstmal schon mal Kohle. So, das Wasserwerk ist dann auch planiert. Sehr gut. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen mehr Wasser raus. Hier sind für jedes Gebäude, was wir brauchen, dann erstmal alles abgesichert. So, die Getreidefarm und die hier dann. Okay. Der Marktplatz ist fertig. Der braucht echt nur Steine. Okay. Ist auch nicht schlecht. Mit einer Axt kann ich auch noch mitbauen. Wer kriegt denn die Kohle jetzt eigentlich? Okay, die Schmelzer. Dann kriegt die Schmelzer. Und der geht hier zum Werkzeugschmiede auf jeden Fall. Hier wahrscheinlich auch zur Schmelzer hoch. Ich warte die runter zur Werkzeugschmiede, Mensch. Ja. So langsam piegelt sich das ja ein hier. Da noch eine Kohlenmine. Da noch eine Spitzhacke mehr. Wahrscheinlich noch ein Bäcker mehr. So sieht es mir schon fast aus. Okay, das ist eine gute Eingang. Hier kommt wieder die Kohle. Cool. Da kommt weiter. Das erste Werkzeug geschmiedet. Sehr gut! Eine Axt! Und dann haben wir die Fliegerath 영화. Oh nein! Ah, die Achse war auch hier drunter eigentlich. Hm, na gut. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache wir haben da jetzt was. Ich glaube, der denkt sich, naja, erstmal für die Nahrungsproduktion und für den Rest können wir immer noch. So viele Steine hier. Hier aus 159. Ich könnte hier noch. Bs und nochmal Getreide fahren. Machen wir noch eine Sense. Wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Dann haben wir auf jeden Fall für die Steine auch Verwendung, dann liegen die hier nicht so rum. Und Lager sollte ich auch schon noch bauen am besten. Damit wir fürs Gold schmal gebrochen und gerüstet sind hier. Aber für den Sphinx gehen noch zwei Steine dann. Okay. Warte mal, wie weit sind die? 62. Und ich glaube, der Marktplatz ist fertig. Und dann ist das hier hinten. ja kohle kohlenmine braucht spitzhacke ich weiß das ist doch schon wieder eine fertig hier ich glaube der geht eher zur eisenherzmine anstatt zur kohlenmine oder obwohl der könnte auch zu der kohlenmine das könnte natürlich auch sein so zwei wasserwerke die lusten reichen ich könnte ja noch einen bauen aber das ist obwohl hier keine frage machen wir hier haben wir zwei dann haben wir noch mehr wasser brot ist auf jeden fall gut am laufen ich glaube da war die kohlenmine besetzt wunderbar der bäcker hat auf jeden fall genug da sehr gut das läuft da kommt kohle raus steine haben wir jetzt auf jeden fall genug erstmal baustellen haben wir auch so die issel zuckt wie weit ist die ok ein steinfelter noch haben wir genug da das brot ist auch schon fertig dann wird das nächste kommen so der macht die nächste spitzhacke naja sehr gut der lagert da schon mal einen eisenherrnmarktplatz damit wir dann schon mal was hinbringen können da kommt vielleicht wieder eine warnung oder eine nachricht wenn so viel so steine sind da noch ein paar steine sind alle eigentlich bei den freunden hier baut man mittelgroße wohnhaus ihr werdet auf jeden fall langsam eisen bekommen wenn die isselzucht hier fertig ist hoffen wir mal dass wir nicht zu lange gebraucht haben jetzt ja da fehlt auch eine spitzhacke ich weiß kommt ja langsam guck mal ein bisschen geduld da noch ein stein und ein stein kommt da ok dann wäre das auch erledigt so da kommt auch mehr kohle wunderbar die spitzhacken haben wir dann durch und fehlen nur noch zwei sensen und dann die haben wir schon im auftrag gegeben er findet keinen stein mehr alles klar dann reißen wir den mal nieder den brauchen wir dann natürlich nicht mehr vielleicht finden wir ja noch ein paar steine irgendwo außer das bisschen da aber ich meine wir sind ganz gut versorgt erstmal so die swings ist dann auch fertig sieht es hier mit dem bier aus ja komm sechs getreide dinge haben sie da das läuft diese zucht ist fertig kriegt auch getreide sehr gut da ist noch ein minenarbeiter und jetzt mussten dann langsam genau die drei sensen kommen da haben die schon achtbaren eisen ok die haben sich das land hier oben schon gekrallt oder der ist einfach bloß da hochgelatscht aber ja der ist hochgelatscht und die wollen angreifen ach ne und lass das doch das ärgert mich doch nicht nicht jetzt schon ich habe noch nicht mal soldaten hier hingeschickt nicht mal produziert oder hier ein paar soldaten angeholt oh nie da eine schlachterei ach jetzt kommen sie mit nahrung an hier laut wo sieht es denn hier aus ah die goldschmelze kann arbeiten sehr gut genau richtig wenn jetzt die gegner angreifen sollten aber wie ist denn ein bisschen gold hoffe natürlich dass ja ok die kommen an die haben bestimmt schon ein bisschen gold produziert dass die ein bisschen kampfkraft erreicht haben ja das sieht sehr mies aus ok das geht noch ein verlust haben wir total da kommen noch bogenschützen wo sollen die bogenschützen erstmal kommen wo sollen die bogenschützen erstmal kommen dann wird die hauen wieder ab alles klar der wird hier runter warum haben sie das letzte hat nicht hier oben hingestellt warum wäre es viel günstiger gewesen also ja logik sehr gut gold produzieren wir bier können wir jetzt auch weiter produzieren da sind es schon acht fester sechs fester ok da sind dann Und ja, haben wir auf jeden Fall was da, so ist es nicht. Und Cola haben wir ja auch ein bisschen. So, ich werde mal noch eine Mühle bauen. Und vielleicht... Nein, nee, wir lassen es, oder? Eine Mühle noch und ein Bäcker. Dann sollten wir auf jeden Fall genug Versorgung haben. Und sehr gut, die Goldbahn werden jetzt da ins Lager geschafft. 40% haben wir da. Okay, bevor wir dann die ersten Soldaten wahrscheinlich erstellen. Dann haben wir da ein bisschen rüber geschickt. Das kann man auch so machen. So, dann gucken wir mal, dass wir da noch ein bisschen was anbauen können. Dass der Farmer hier nicht so beengt ist. Der hat schon gar nicht... Ah, Fischer. Stimmt, das ist wichtig, sage ich verhessen. Verdammt. Dann Fischer hin. Und da einer. Sollte hinhauen. Angeln. Haben wir? Zwei. Okay. Sehr, sehr gut. Angeln haben wir wenigstens. Ach, da sind sie ja. Okay. Da kommt schon, ich brauche Getreide hier für die Esefarm. Und dann schon den Ese rüber zu nehmen. Und hier zu denen. Nee, bisher noch nicht. Bisher sind nur deren Esel am wandern. Einer noch nicht. Jetzt müsste eigentlich gleich ein Esel kommen dann, ne? Wenn der mal Getreide kriegt, ja.